Die Frage ist leicht zu beantworten, das war natürlich die Datenschutzgrundverordnung, die uns in diesem Jahr sehr, sehr viel Arbeit verschafft hat, da ja alle daran arbeiten mussten und zum 25. Mai dort das alles zu berücksichtigen, was das neue Recht vorschreibt. Das war das Verfahren, das die schleswig-holsteinische Landesdatenschutzbehörde seit 2011 geführt hat. Da haben die sich auf den Standpunkt gestellt, dass wer eine Facebook-Fanpage betreibt, Auftragsverarbeitungsvertrag schließen muss mit Facebook und halt dann dort verantwortlicher ist, während Facebook nur der Processor ist. Und nach den diversen Instanzen ist das zum EuGH gekommen. Und der EuGH hat einerseits die Verantwortlichkeit des Fanpage-Betreibers bejaht, andererseits aber gesagt, dass es keine Auftragsverarbeitung sei, sondern ein Fall der gemeinsamen Verantwortlichkeit darstelle. Das Urteil dürfte für die Fälle, für die es gilt, weniger spektakuläre Auswirkungen haben, als es auf den ersten Blick scheint. Facebook wird und hat ja auch bereits Vereinbarungen zur gemeinsamen Verantwortlichkeit angeboten, die die Fanpage-Betreiber dann jeweils abschließen können. Damit ist erst einmal der Primäranforderung aus dem Artikel 26 DSGVO Genüge getan. Und ob da jetzt möglicherweise noch Facebook-Anpassungen vornehmen muss, weil da möglicherweise datenschutzrechtlich alles nicht alles in Ordnung ist, das müssen jetzt erst einmal wieder die deutschen Verwaltungsgerichte klären, an die der Fall ja jetzt zurückläuft. Wesentlich spannender ist das Urteil in der Hinsicht, dass es doch allen oder auf jeden Fall vielen ins Bewusstsein gerufen hat, dass es dieses Instrument der gemeinsamen Verantwortlichkeit gibt und dass man das als eine Gestaltungsalternative zur Auftragsverarbeitung sehr, sehr ernst nehmen muss. Das haben viele nicht so richtig gesehen, nur bevor dieses Fanpage-Urteil gekommen ist. Facebook-Fanpage-Betreiber brauchen eine Vereinbarung nach Artikel 26 mit Facebook und das wird ja von Facebook jetzt auch angeboten. Ja, wie gesagt, seitdem gibt es ein reges Interesse daran, mehr zu verstehen, wie gemeinsame Verantwortlichkeit funktioniert. Und es werden mit Sicherheit auch andere Fälle, die bisher über Auftragsverarbeitung laufen, in Zukunft über gemeinsame Verantwortlichkeit laufen. Das ist, das ist, also der Artikel 26 gehört mit ziemlichem Abstand zu den heißesten DSGVO-Themen zurzeit. 2019 wird wohl vor allen Dingen spannend, was dann nach der Europawahl sich die neue Kommission wiederum alles vornimmt und zu hoffen wäre, dass man noch einmal E-Privacy überdenkt. Das wird ja aller Voraussicht nach nicht fertig sein vor der Europawahl und die neue Kommission wird sich dann überlegen müssen, ob sie da vielleicht noch einmal einen neuen und etwas vernünftigeren Anlauf machen, als das bisher der Fall ist. Und ansonsten bleibt abzuwarten, was die Kommission sich dann für die nächste Wahlperiode an Vorhaben vornimmt. Musik 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 Musik